Hi Leute, willkommen bei Cheezys! Schubesch! Ja Freunde, wir hatten am Freitag ein 10-2 geholt. Kann der Kater hier nochmal einblenden, kurz die ein oder anderen Spiele. Abfahrt, Jungs. Für die Wettzüchtigen können wir ja echt machen, Jungs. Immer Halbzeit-Halbzeit-Wette. Aber immer Sieg, X oder Lose. Halbzeit. Sub-Mode an und gib ihm. So, konzentriert, komm. Die WL war schwierig. Ich will, wenn ich die Stimmung von ihr nehmen lasse. Spielchen ganz verunsichert wegen der WL. Oh. Oh. Ey. Irgendwie hat er gejokt. Ach. Stark. In letzter Sekunde noch umgerissen. Ich wollte ihn schon abladen für die lange Ecke. Schade. Ich schwöre, der hat aber gepiepst. Was ist gerade passiert? Ich habe gerade mal hingeguckt. Gebohrt. Gebohrt? Ja. Der Freitag mit Bohrer, Klasse 4. Hol den raus. Oh, da zielen an der Punkt. Achtung, an der Fünferpunkt. Show. Gib du mir bitte keinen Kummer. Wir gehen vorbei. Was machen wir? Wo willst du hinziehen? Wo sagst du? Vorne an der Fünferpunkt. In die ersten Ecke. In welchem Punkt? Da in die Ecke. Und dann gib ihm. So kann es ja nichts werden. Okay, warte. Ich hole noch mal Ecke raus. Du ziehst ihn aufs Tor und machst dann noch mit Finesse. Wenn der Wind unten geht, dann musst du dagegen steuern. Ja. Rot ist super. Spätzer. Würdest du schon was sagen? Es war ein Foul? Kann ich schnell pissen gehen? Ja. Ich hätte bitte sagen, es war ein Foul. Oder meiner Meinung nach. Weiß nicht, oder? Ach, warum kriege ich immer eine rote Karte, Digga? Ja. Was macht denn der jetzt? Ich habe gerade ein Freistoßtor gekriegt, habe ich noch nie gesehen. Finkt? Ja. Ich bin zurückgekommen, Zimbo. Du bist da? Ja. Kann ich langsam. Ich bin angekommen in der Partie. Sauber, Digga. Wichtig. Ist er da denn, Zimbo? Oh. Niko Undaf? Niko Undaf! Ich bin da, Jens. Nö, 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 Niko. Ich bin in 100-Zahl, bin ich aber stärker. Oh, ist schade, ne? Oh, ist ja die Mausch da. Oh, wo warst du hin, Zimbo? Hey. Oh, falsche Richtung, Zimbo, hey. Oh, nee, oder? War das für dich so ein Denkanstoß, so ein bisschen, dass du das Gegentor gekriegt hast? Oh, tut auch weh. Eieiei. Tut auch weh. Oh, wieder her, wieder mummel. Ist das kacke. Ist das kacke. Ist das kacke. Mach die WL dir Spaß, Zimbo. Huh. Huh. Oh, scheiße. Ah. Achtung, jetzt hat er Hoffnung. Jungs, er hat Hoffnung. Er chippt sich noch mal. Er denkt, geil, ich komm durch. Ja. Oh, schade. Como si nu? Afrika. Afrika's Champion. Alter, wie geil bei so einem Niko unten auf die Raserei zu hören, oder? Oh. Nee. Nee, macht er net. Nee, macht er net. Nee. Nee. Nee, macht er net. Ach du Scheiße. Der Arme, der. Ich werd so'n Karma schlucken, Jungs. Ich werd so'n Karma kriegen. Wussmen. Kennst du den Wussmen? Ich werd so'n Karma kriegen, Digger. Ich will das Karma. Ich will die Welt, wie sie ist. Ey, guck mal, für's gute Karma stell ich hier schon mal auf 1-0, oder? So, auf die A. Guck, ich wusste das. Was soll ich sagen? Du kriegst die Straße einfach net aus mir. Was soll ich sagen? Du kriegst die Border League net aus mir. Wieso kann ich vollidiot jetzt wieder in Squad Battles gehen, wieder zurückholen? Sorry, das war wirklich... Das war ein Tick zu viel. Zirn muss auf die 1, Dankeschön. Schade, ich hab die andere Ecke. Oh, aber... Gibt nen Helfer. Oh, komm, Undi. Oh, Undi. Hä, wie schnell sahen das Ding auch aus. Scheiße, wird keiner ausgewählt. Mhri bei 3,7 Millionen, aber klar. Backcamp mittlerweile mal da. Ja, das war ruhig. Boah, ich steh eigentlich dran. Ich steh dran. Ich steh dran. Schönes Ding. Boah, okay. Mit, 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 mit. Der Gegner ist sehr gut unterwegs, ja. Undi macht den, komm. Ja, Undi macht den ganz stark. Ganz, ganz stark. Philipp Unders. Boah, der ist aber auch grad so von Bonni Fratze. Den meines den. Na, stark. Bonni Fratze, richtig zum Buch. Bonni Fratze, den muss er sich erst verdienen. Schön gemacht. Undi mit Raserei ins Tor gerannt. Reingerast, reingerasereiht. Bolli Fratze, richtig. In einem Spiel zweimal ins Tor laufen ist aber auch ne harte Nummer, oder? Ja. Spricht man da schon von nem Elektronischer eigentlich? Safe. Dankeschön für tausend. Ach ja, defeat me, danke. Ja, auch nochmal. Ich küsse auf dein Herz. Sind die Bitskan irgendwo angebotet, oder was? War das ein Kevin, ne? Baby Gator. Zippo, wir können danach doch anrufen, Frasche. Kann er doch fertig machen. Oh, ich seh'n, Jun. Ich kann's ja net mehr sehen, ne? Boah. Ich kenn' mir meine Freundin natürlich, ne? Die ist ja atom. Oder nehmen wir mal noch ne deutsche Tocke. Oder sowas. Ähm. Oh, was? Ist alles scheiße, Jungs. Ach ja, wir müssen jetzt pushen. Oh, oh, push, oh! Puschen, gut. Schön. Geil. Ah, es war klar, es war klar, es war klar! Ja, stark, Zimbo. Richtig gut gemacht. Gut aufgepasst. Stärkt gemacht. Oh, richtig ist. So viele Chancen aber auch. Macht ja gut, ich gebe die Breine. Die Breine ist auch platt, ne? Zimbo. So gut, ich auch. Es hat einen Debreine als Ausdauer-Chat. Und er muss ja bei uns so viel ackern. Ausdauer. 95. Ist irgendwie immer platt? Gut, er ackert vielleicht so viel, weil er... Ja, muss gleich echt viel Meter machen, ne? Zwo-Bau standen wir, glaube ich, auch. 10-2. Aber wäre auf jeden Fall krass. Ja, richtig. Ganz richtig. Richtig, Mann. Richtig, Mann. Also auf jeden Fall stark, Chad. Aber gab es jetzt auch schon öfters, würde ich sagen, oder? Boah, aber das letzte Mal 10-2 ist auch schon ein bisschen her, oder? Zwei Wochen hatten wir die WL, wo Broski gerated hat, statt mit 9-1 oder 9-2, glaube ich. Aha. Für zwei Wochen, Chad. Statt mit der 9-1, Fidi weiß doch sowas immer. Statt mit der 9-1, oder? Aber kommt jetzt nicht, ja. Aber was dann passiert ist heute im Stream, Freunde. Ich sag euch, vom Bordstein zur Skyline. Wir waren am Freitag und zu der Skyline sind wir dann wieder auf dem Bordstein. Und ob wir dann vielleicht wieder... ...Pokam, man weiß es hat. Es war ein Bruch. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein kostenloses Abo da. Danke für den Support und viel Spaß mit dem Video. Hältst du mir Joga natürlich frei. Ich sag auch, ja. Aufstiegsspiel. Boah, scheiße. Direkt auf entspannte Elf zu holen, so. Gib ihm. Ich muss auch sagen, eigentlich 10-2. Ich fand auch, wir hatten am Freitag jetzt auch nicht so 1000% irgendwie immer reinkonzentriert und gepusht oder sowas. Dafür ließ es eigentlich echt gut so, ne? Wird direkt wehtun. Das kann sein. Das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil. Wenn du dann freitags aufhörst bei so einem 10-2, dann komm ich in ein schwieriges Spiel, dann startest du da kalt in so ein Ding rein. Und das kann der Sonntag... In die Rumpeltruppe. Ja, das kann halt einen Sonntag schon komplett... Ja, die Rumpeltruppe. Alter, wo hat denn der den Gagpo hin entwickelt? Wer den gemacht hat, sag ich schon mal ein dickes Chi-Chi in die Runde. Und ein dickes Chi-Chi für den Finesse. Wisst ihr, was ich bei dem... Boah, wie heißt er nochmal? Unser Links-Flügelspieler? Doku? Ne, ne, der Ander. Der Ganascho. Ich finde, der fühlt die Skills so extrem immer aus. So ein Rewars Elastico kommt so mit vollem... Mit einer vollen Drehung immer. Ich weiß nicht. Ja, die kommt so komisch so. Der dreht immer den Zug zu weit auf. Der hat Jordan ist so gut aus. Das war meiner. Boah, der wär halt ärgerlich. Der ist krank ärgerlich. Der ist halt krank ärgerlich. Ja, der ist richtig ärgerlich. Da oben... Boah, das tut weh. Ne? Sowas passiert. Hä? Das hat... Keine Chance. Ein Steckpass, der ist durch. Schön gemacht. Richtig, man. Ne, der macht's... Ja, ich weiß ja, der kommt hinten so durch. Besteh ich richtig? Er macht so einen Pass und dann ist der da durch. Macht er halt auch gut, ne? Gibt's nix. Schade. Könnte einer noch machen, dann wären wir wieder gut dran. Boah. Digga, dieser Bobby Charlton, Alter, der f*** mich aber komplett, wie ich's brauch. Äh, scheiße. F***s hat so gut angefangen, ne? Hä? Hinten auch... Ah, aber... Keine Ahnung. Also die Dinger... Alle obster Bobby. Am Anfang bist du hier unkonzentriert gewesen, aber... Ich hab eigentlich Glück gehabt, aber... Boah. Eiskalt reingenetzt. Boah. Kameraunterf ist auch ein Kalter. Wichtig. Stark. Die, wie spiel... Wie... Wie spielt er die Chat? Na, der ist halt jetzt schwer, sehr offensiv, aber wir versuchen's. Guck mal. Boah. 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 Der drückt doch irgendwas came. Der dir die Bälle so geil mitnehmen. dizer... Schein gemacht bin ja... Geht da nochmal was? Er kommt nochmal, Chat. Diese scheiß viel Pierre Nes Filella Dinge... Ja... ід valert. Do Da machste nix mehr beim Ding. Da machst du nix mehr bei der Sache hier. Das sah richtig übel aus. Wirklich. Axt dix. Wow! Ah, war Müller. Was ist das? Aber Sam kehrt hier doch so ein geisteskrankes Schuss drauf. Oh, wie geht denn der rein? Der Beide. Ah, geht auf die Kehrflanken. Oh, keine Chance. Keine Chance. Gar nichts dagegen zu setzen. Keine Chance. Der Müller lässt sich aber auch rein, wenn wir Flughafen fallen. Schade. Schade. Wie groß ist die? Schade, schade, schade. Schade, Marmelade. Gameplay ist sehr gut. Gibt's gar nix. Server laufen echt top. Auch besser als Freitag. Die klingt da einfach nur gut. Ist ja hier ganz ehrlich. La gaga. Die Gegner-Church. Einfach gut. Na. Berrke. Was war denn das? Berrke, Berrke. Bleibt's ja schlecht. Mit seiner... Mellas, was schafft ihr denn auch? Hopp, der... Im Ideal-Club. Digga, der tret da einen Ball vorbei in der Mitte. Scheiße. Was waren das für zwei Dinger, Hopp? Langsam komme ich mir verarscht vor. La Kaka. Fertif Caraccio. Fertif Caraccio. Im Ideal-Club. Stark. Was ist das? Fertif Caraccio. Oh nein! Fertif Caraccio. Wie ist das? Stark. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Richtig. Ich schieße das Ding rein. Fertif Caraccio. Ja, das könnte mal wehtun. Fuck. Nein. Ich dachte mir, das könnte mal wehtun. Nein. Karma fürs Tor, ja. Karma fürs Tor. Safe. Ah fuck. Es wird immer die zwei Dinger vorher nochmal sehen. Es ist schon der Bruch. Es ist schon der Bruch. Er ist schon da. Er ist schon da. Ich wollte Königin nicht sagen, Jungs. Königin ist mir her. Das ist nur die Prinzessin. Ich wollte ein bisschen zurückfahren. Wollte ein bisschen zurückfahren. Wollte ein bisschen zurückfahren. Ich glaube, das sind unser Erster jetzt heute. Alter, sind wir in ein Strudel reingerutscht, Digga. Sind wir in ein Strudel reingerutscht, Alter. Vier Spiele am Stück verloren. Ah, das Ding ist durch, Chat. Das Ding ist durch. Chat, was ein dummes Gelabert teilweise hier drin. Der ist auf Offensiv gegangen. Plötzlich kriegt er einen Boost. Das Jahrtausend. Das ist passiert. Das sind schwitzige Spiel. Das ist die WL. Das ist die WL. Ja, der Bruch ist schon da. Der Bruch ist da. Von 10-2 gerutscht auf 10-6. Oder 11-6 jetzt. Ist ein Bruch. Ist ein Bruch. Scheiße, Roberto. Carlos sieht voll klein gezogen aus in den Trikots. Sieht voll breit gedrückt aus. Garnaccio ist okay. Ich weiß nicht, wo liegt der aktuell noch preislich? Ist jetzt kein Überflieger. Aber auch so. Das ist so. Ist okay. Preis-Leistung eher Schmutz. 2-3. Der setzt sich natürlich durch. Irgendwie. Weiß auch nicht. Ist okay. Boah. Piti. Oh, der ist sehr blab. Das war der Falljoys. Boah. Schön gemacht. Fuck. Stark gemacht. Fuck. Richtig gut gemacht. Fuck. Einmal kurz Respekt Cella. Wirklich Respekt Cella. Wichtig. Undaff. Kevin Undaff. Und er legt ihn. 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 Fühlt dich vielleicht mal frei. Den legt er schön rein. Den legt er doch schön rein. Oh. Oh. Doku. Weiter. Oh. Ist der hart Digga. Ist der krank. Ist der krank. Ist der krank. Oh mein Gott. Ist der krank. Oh mein Gott. Ist der krank. Wirklich. Schön gemacht. Alter. Auf der kurzen Poste geht der. Lange Poste geht der. Oh. Schön spielt. Warum geht es nicht. Äh. Ist das schön. Wichtig. Sau stark. Lötst du schon mal erneuern. Ja. Richtig. Was für ein Laufweger. Muss einfach mal in die Mitte laufen. Alter. Ich hab mir dann vielleicht Curryworts geworfen. Ja. Ich weiß es auch nicht. Also. Ich komme heute mit Bonnieface. Das hat mich heute abgemeldet. Oh. Richtig. Zahn gezogen. Richtig. Richtiges Ding. Schimmelzahn ist raus. Ja. Eigentlich schon. Was heißt jetzt könnte es krachen. Eigentlich hat es schon gekracht. Dass ich mal überhaupt. Bei 10-2 in so eine Entscheidung spielen muss. Das ist eigentlich schon der Krach. Sollst du eigentlich locker easy peasy die Dinger holen. Bekomm dir jetzt geschenkt. Ich würde es mitnehmen. Seid ihr ganz ehrlich. Ich würde es mitnehmen. Safe. Schwache Leistung heute bei mir. Da würde ich es mitnehmen. Ich denke es klappt nichts. Es ist heute nichts. Es ist nichts Gutes. Zu wenig Übersteiger mit Bonniefratze vorne. Hektische Pässe irgendwo rein. Nein. Keine guten Abschlüsse. Oh fuck. Ich finde der rote Lauter Matthäus macht mir verdammte Angst. Aus dem Eckball raus. Sau stark. Bonniefratze. Ja. Ich glaube der wollte beim 1-1 raus. Wir haben es schon. Wir haben es. Wir haben es. 14 Siege. Alle hätte ich niemals mal gedacht. Heute war echt schlecht. Heute war echt schlecht. Und sah echt wild aus. Obwohl wir so gut reingestartet sind. Dass du nochmal so in den Schwitz reinkommst. Aber ich hätte nicht mal gedacht. Aber dieses 11. Spiel hat echt Kopfschmerzen. Wie offen stehen die denn? Nürnberg. Wette nochmal genauso. Ab der Zimbo. Das ist deiner. Haben wir es warten, bis die Wettzeichen durch sind? Ab Ende wollen wir doch sehen, was wir aus unseren Rewards geholt hätten. Ich kann die ja auch irgendwo einbauen. Okay. Wette ist für 65% beliefen. Sieht aber ganz gut aus, dass wir da vorne treiben. Hupus, Cristiano Ronaldo. Alter. Huuu. Cristiano Ronaldo aus den Rewards Zimbo. Geil. Gute Titel. Ich sag jetzt wird schwer, Chat. Aufstellung finde ich stark, Junge. So, die zwei gehören noch zur Wette dazu. Huuu. Chat. Wette auscashen. Wette auscashen. Wette auscashen. Heschebearsch. Gral, wieder einer abgekriegt. So. Dann mache ich R3 Zimbo. So, wir mal weg gucken. Wurde halt dazu, dass wir hatten nur Scheiße bis jetzt aus den Dinger. Ne Becinola bei dir. Ja okay. Bombasteur. Mach. Alter, immerhin mal so ein 3-fache Gefallen. Drei-fache Gefallen. Noch nie gesehen da raus. Kann man nicht drüber reden. Und Kocha noch, oder? Ja, aber ich glaube da ist ein Go-Mu noch besser, oder? Kein Kano ist ein... Wir werden mit dem Go-Mu zocken. Wir zocken auch noch Ko-Mu. Ja, ist egal, was nimm mal mit, Chat. Rating einfach. Ja, komm, Mokocha rein. Ich nehm den mal mit für Freibrennung, weißt du. Ah, für die 3-Fahrer-Gefahr. Ja. So, achte, wir haben noch einer. Geht perfekt los. Geht perfekt weiter. Oh Gott. Juli. Juli. Bro, was ist das denn? Murch, Chat. Ganz großer Murch. Ja, kech aus. Ach, sie mau. Kampagnen nix da. Erhoffe ich mir gar nix, sag ich ehrlich. Ist die Tierney? Was? Ritter hat zum Arzt gesagt, kümmere dich um deine Spieler und labere nicht. Komm, 51% und 2,4% auf einer Icon. Komm. Ja, immerhin. Komm schon. Gib mir keinen Murch, gib mir was Gutes. Wen hat die am Start? MAP. BAKO. Ich wollte gerade schon sagen, wie heißt der? Diakite? BAKO. BAKO, BAKO. Kannst auch echt sehr gute Werte der Bre eigentlich, ne? Schnell, defensive, physis, Shadow drauf, gib ihm, oder? Sieht eigentlich echt gut aus, aber kostet wahrscheinlich keine 500. Dann haben wir etwas, ist denn da eigentlich drin? Okay, das da haben wir noch, das da haben wir noch. Mach ich mal mit dem hier weiter. Wahrscheinlichkeit ist 7. Wenn keiner drin ist, darfst du das Gesicht spucken, ne? Ja. Es ist eklig. Wer warnt erstmal, wenn er noch drin? Nein, ist einer. Fühl. Ich war nicht. Scheiße. Drecksau, Alter. Fuck, hätte ich das Ding gerade durchgeladen, Digga. Drecksau. Ich hätte ihn so durchgeladen, ne? Wie bei mir. Ey, guck mal da. Oh! Da ist er drin! Er hätte mich gerettet vom Spucker. Ain't for me, Ocic. Simon hatte aber auch richtig Angst. Ich hatte wirklich Schiss. Warum machen die das aber immer denn in der Innenform? Was soll das? Ich hätte das Ding so durchgeladen, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Was soll das? Das hat man dem seine Werte. 4, 4. Ist gut, ne? Hoch, Mittel. So, dann gehen wir mit dem Kamerad. Was ist hier die Wahrscheinlichkeit? 97%. Noch mal selber werden wir? Ja, war's. Nein! Ja! Ja! Bakreo. Digga, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ein Kackfinger. Ich mach's jetzt nicht mehr. Äh, äh. Ah! Ah! Ey, Mio! Welcher willst du behalten? Der Erste, oder? Ja, die schmeiß ich alle weg. Die Mauer hat eine große Klappe, ja. Und? Es läuft. Aber jetzt lass ich's. Scheint mal, da ist immer nur Müll drin. Da lass ich's jetzt. Ich meine, das ist 100%. Da kannst du dir eh nichts sagen, ne? Reiken? Ja, nee. Timbo, das hat er jetzt gerade Pech gebracht. Das war doch noch nix. Ah, schade. Ich kaufe da auch so einen Palmer. Das ist ein Doppelwalker, oder? Ach, der bei Hände dran sitzt. Palmer. Das wär geil. Was ist denn das? Heulung. Heulung, der ganze Ding, oder? Was kostet denn da noch, Ted? Der ist so fresh. Der ist, glaub ich, echt gut. Nee, der ist gut gerutscht. Ich kann ja unten mal drauf. Guck mal, denkst du wirklich, Pech, die Drecksau, sitzt schon, bevor das Pack aufgeht, tippt der schon Zahlen ein, um ganz schnell panisch in seinem Verschwitzen und seiner verschissene Unterhose die reinzutippen. Drecksau, wo ist denn der? Pech, ist das zwei, hier. Ah, man, das ist aber richtig gerutscht, der Timbo, ne? Zeig mal her, geh mal rein in den Bril. Was hat der denn? Magnet, Alter, Abschluss sieht er böse aus, 4-4, mittelhoch, der hat wirklich gute Spielstille. Schneller Sprint.